Willkommen zur Übung Cow & Cat. Eine Übung, die extrem viel Beweglichkeit in den Bereich der Brustwirbelsäule bringen kann. Super wichtig bei Schulterthematiken hier sehr, sehr früh mit dem Öffnen der Brustwirbelsäule anzufangen. Oft hat eine Schulterthematik gerade im Bereich des Impingements die Folge oder entsteht, weil ich hier eine nach vorne gekrümmte Haltung habe, dann Bewegung über Kopf probiere durchzuführen. Und mein Oberarmknochen oben ans Schulterdach kommt und da einfach nicht genug Platz ist. Das heißt Ziel, Brust öffnen, hier nach oben, Schulterblätter nach außen, Außenrotation durchführen und die Schulter kann sich wieder komplett frei im Bereich des Schultergelenks bewegen. Das heißt, ihr braucht für die Übung im Optimalfall eine Matte oder ein Handtuch. Geht auf alle vier. Viele werden diese Übung aus dem Yoga kennen. Ich finde aber, man kann sie sehr, sehr oft durchführen. Ihr geht ungefähr in, genau, Hände sind unter euren Schultern, die Hüfte ist über euren Knie und jetzt drückt ihr einmal komplett euch in einen Buckel nach oben. Könnt dabei das Kinn wirklich auf die Brust legen und genau in die entgegengesetzte Richtung arbeiten. Das heißt, ihr habt einmal einen Katzenbuckel, geht dann komplett in ein Hohlkreuz, blickt zur Decke. Perfekt. Hier könnt ihr wirklich mal die Hände und die Knie aktiv zusammenschieben, als wolltet ihr probieren, dass die Matte unter euch sich nach oben wölbt und geht wieder in die entgegengesetzte Richtung. Haltet hier wirklich lieber eine Sekunde länger als eine Sekunde kürzer. Drei, vier, fünf Sekunden jede Position und schiebt dann wieder in die andere Seite. Probiert da richtig Platz zwischen jedem Wirbel und jeder Rippe zu bekommen und bei der Kau-Position zieht die Schulterblätter schön aktiv nach unten.